Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier, ähm, ja, was sind wir denn überhaupt? Starforge? Geiles Intro. Ja, genau. Was machen wir hier? Ja, coole Einleitung, ja, mit dem Sniper. Moin. Ja, der hat nämlich das letzte Mal seine Pistole verloren, jetzt sammeln wir mal noch, äh, was er braucht. Irgendeiner hat meine Hose geklaut. Und Hose hat auch keine mehr. Äh, bist du jetzt Richtung Rotenstrahl? Nö, ich habe hier gerade so ein Vieh gesehen, das habe ich verfolgt, ich brauche noch, äh, keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht habe. Irgendwelche drei Ingots, damit ich meine Vision wieder graften kann. Als die bösen, bösen Viecher wiederkommen. Nein, ich hatte gar keine Hose. Ich mag das, ist er ja, ein Treppenplaneten, weißt du. Ja, ja. Oh, Mann, was ist die Ziel, genau. Ja, normal, ein Treppenplaneten, was machst du da? Erstmal ein dicke Lerri raushängen. Das ist noch mal. Da wir die Monster neidig werden, oder dich auslachen und nicht kennen können, einfach mal. Ja, oder die großen Börbe sich anknabbern dann. Hey, guck dir mal das Vieh an, das will unbedingt da oben rein. Wollte ich gerade den Wacken rufe, ey. Da, ich sehe es. Jetzt nicht mehr. Ey, nee, oder ey, jetzt lass mich da oben liegen, komm runter, ich will nicht looten. Komm, 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 komm. Verdammt. Äh, wo ich bin. Nein, das Vieh hat noch nicht mehr das, was ich brauche. Ich glaube, ich brauche, äh, 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 was war das? Eisen oder Stil? Ich kann ja mal nachgucken, fällt mir grad so ein. Warum stirbt er nicht, verdammt? Wo ist er denn? Ich brauche drei Iron Ingots noch. Ich hab hier mitten... Eire, Symbaren. Wo bist du jetzt? Ja, mitten, äh, bitte rechts um den Berg gemacht, also hier rumgelaufen, weil ich hier so ein Vieh getötet habe. Und das liegt hier in dem Gebüsch und ich seh den nicht. Mal gucken, wo du eh drücken kannst. Ja, ja. Weißt du ungefähr wo? Ja, mitten drin hier irgendwo, aber vielleicht ist er auch weg. Hier drinnen, in dem Gebüsch, hier drinnen, hab ich den gekillt, aber... Ich sehe ihn nicht. Er ist ein Abgang gemacht. Keine Ahnung. Ach, suchen wir andere Viecher. Also Rohstoffe haben wir ja soweit ein bisschen was. Ja. Ah, man kann natürlich immer mehr sammeln, mehr ist immer gut. Was? Ach, guck mal, hier läuft auch irgendwas rum. Wo bist du hin? Äh, jetzt Richtung Rotenstrahl. Okay. So da so Richtung, weil wir laufen hier rum und... los ballern. Äh, ja, ich bin da bei unserer Behausung am Berg, weil da ist so ein fettes Vieh, was ich grad verfolge, in der Hoffnung, das hat eher was wie die anderen hier, die kleineren. Bleibs zustehen. Bleibs zustehen. Komm her, Fifi. 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 Sitz. Hört nicht. Ballert den schon alles in den Hintern und der bleibt immer noch nicht stehen. Jetzt. Und der hatte natürlich nicht die Ingots, die ich brauche, aber Ingots. Was? Ah, Fieber und Fleisch. Vielleicht kannst du den Oberteil craften. Ja. Bis dann mal gucken. Hallo. Bin doch nett. Die haben alle keine Ingots dabei. Da sind wir. So. Ja. Oh, da unten sind zwei Viecher. Ich habe irgendwas zum Lernen gefunden wieder. Oh, hier unten ist alles schiefvoll. Bist du genau beim roten Strahl? Oh. Nee, ich bin in diese Richtung unterwegs, aber du kommst mir grad entgegen. Iron Ingot. Ah. Ja, ich brauche Iron. Das ist sogar das Richtige. Ich höre dich zweimal schießen, aber... Ja, ich verfolge grad wieder so einen Fifi Richtung roten Strahl. Oh, hier links. Ich höre es doch schießen. Ach hier. Aha. Ich glaube ich habe es jetzt zusammen. Ja. Super. Endlich können wir ballern. Nein, ich brauche Fieber. Ich brauche Fieber. Habe ich 7 von 22. Kann ich... Warte mal. Ich brauche jetzt gerade mal ein Höschen. Also ein... Dann habe ich noch übrig. Ach so. Und zwar habe ich noch 15. 15. Ja, es reicht für die Hose. Warte, Fieber. Warte, Fieber. Wird alles raus. Müsste 50 Stück sein. Habe ich... So, dann machen wir mal die Hose. Dann brauche ich bloß noch Schuhe. Ach ne, Oberteil und Schuhe brauche ich. Ach, ich bin das so bescheuert. Jetzt habe ich zwei Hosen. Was sagen wir, was willst du mit der Hose? Nein. Scheibenkleister, nein. Wir brauchen auf jeden Fall die Hose. noch Steel Ingots. Und zwar... 5 und 36 Stück. Wow, wow, wow. Und einen Sand. Weil dann können wir uns ein Forging Terminal machen. Und mit dem Forging Terminal können wir dann bessere Sachen erften. Okay. Dann machen wir das mal. Hm... Wow. Die haben aber auch die Viecher. Bei einem die Dicken. Okay. Aber die haben irgendwie Urlaub. Letztes Mal war ja noch alles voll, oder? Ja, irgendwie. Aber du rennst ja ein und schnell mal, ja? Doch, gar nicht. Also die hier schießt schnell, aber die andere war glaube ich effektiver. Ja, irgendwie... Ah, nehmen ihn jetzt. Ähm... Ja. Ähm... Der Kollege hier, der rennt schon. Der weiß schon Bescheid. Du spät schon tot. Ah... Äh... Ich lass das mal drin. Das ist Fieber und Fleisch. Fieber brauchst du ja wahrscheinlich jetzt für den Oberteil. Ja... Ja, oder halt für die Schuhe. Aber... Haben wir denn... Kann ich denn noch... Muni... Hier ist auch wieder Fieber drin. Ah... Hast du also gar keine Munition mehr? Äh... Ich crafte gerade wieder. Ah, okay. Oh mein Gott. Äh... Ich habe Steel Ingotten. Habe ich... Eines? Wir brauchen einige davon. Ah... Einen habe ich. Da Vater. Alter Falter. Ja... Wie oft ist es also? Hallöchen. Boah, was hat denn da hier? Öl! 44 Mal. Was ist denn mit dem los? Boah, da abbauen oder was? Ja... Ja... 44 Mal Öl. Das ist super. Du brauchst so viel Munition. Da habe ich dir was liegen lassen. Oh... 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 Hallöchen. Hm... Nehmen wir doch gerne... Immer her damit. Oh... So... Oberteil... Oh... Oh... Erstmal ein paar Schuhe. Können wir natürlich hoffen, dass es dunkel wird. Diese Würmer. Die riesen Würmer. Ich habe ein paar Schuhe. So... Geht's halt. So... Ähm... Hier ist ja noch ein dicker Freund. Auch ich denn? Oh... Ich kann sogar Large Dinger herstellen hier. Ah nein, dafür brauche ich das Forging Terminal. Das war ja wieder so klar. Soll ich bauen wollte? Würde wir aber so viel Zeug brauchen. Ja. Ja... Ah... Er brauche ewig viel Schuss hier. Das fette Ding. Da bist du mit dem Bohren noch besser dran. Ja... Ich denke... Was brauchen wir denn? Was habe ich denn hier? Paint Gun? Braucht keiner. Titanium Drill. Da brauchen wir aber Titanium Ore und Sandstone. Dann... Ähm... Oh... Der Schmiller. Ich kann hier noch ein Rusty Assault Rifle machen. Dafür brauche ich aber noch 16 Steel Ingots. Oh... Ja... Die haben auch natürlich alles, was diese... Netten... Äh... Vier, ja. Mhm. Warte mal, wie oft soll ich hier denn noch in den Schädel bersten? Oh mein Gott. In your ass! Komm her! Ah... Aber Steel Ingots hat er gehabt. Naja... Naja... Irgendwie... Die geht auch nicht... Geht auch nicht besser... Bei dem dicken... Das ist doch abartig. Jetzt... Boah... Also die Würmer... Die Würmer gehen mit der Pistole besser kaputt. Titanium Ingots... Äh... Ich hab auch Steel Ingots... Ich hab noch neun... Was? Steel Ingots brauchst du? Äh... So... Mein Zeug hier in der Kiste liegen lassen... Weil... Von 100 Schuss... Das wissen schon wieder alles alle... Jaja... Irgendwie ist das komisch gerechnet... 100 Schuss... Schön da geblieben, mein Freund... So... Gibt's hier denn noch... Ich denk mir interessieren, was das Raumschiff... Ein Wurm... Kann und macht auch da hinten... Hallöchen... Komm zu Papa... Kommt da! Da kommt da! Kommt! ich schieße auf den ich muss erst mal nachladen ach 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 was hat er nichts haha das finde ich nicht nett irgendwo ist da noch einer da war er hier oben hat der unteren auch noch einer weiter beim roten unten beim roten strahl oder die sehen der ist mir da irgendwie kann viel gelegt natürlich ja ja da rennt hier schon wieder und machte diese leute wo ist der jagt wieder er wollte gerade vier jahren naja aber jetzt ich nehme den anderen er hat auch nichts dabei 1 2 magazine auf das das geht nicht kaputt lieber ist denn hier das hat gepanzert anzert vielleicht war das ölschlecht das ist zu weich guck mal hier bei dem draußen glaube ich nur einen schuss oder hier bei dem ja zack das stimmt mal wieder 3 legt das vier jetzt noch ich sehe es gar nicht ach die sind hier alle geizig hier ich mache das jetzt hier ich mache das jetzt hier was machst du denn mich hat so ein Vieh erschreckt aber da oben ist noch so ein Wurm hier einmal rangepiekst mit der gerät ja ist ja nicht so dass es die vorher angeschossen hätte naja probier das mal bei dem Wurm da oben ne alles wo ist er da schließlich in kaffee er hat einen bauplan für dich dabei irgendein garagentor garagentor ich habe aber auch einen bauplan irgendwas ach ich habe hier mehrere Jus geht nicht Jus geht auch nicht hier haben wir wieder eins gehabt da auch ach ich habe drei neue rezeptor land das ist mal alles mitgenommen apropos wir zu kurzen formationen haben uns entschlossen nur noch 15 minuten pro folge aufzunehmen weil unserer meinung nach das vollkommen ausreichend ist so viel passiert ja auch nicht wie man gerade sieht und ja wir wollen uns die zeit auch beim hochladen bisschen sparen da verladen wir lieber öfters was hoch genau umso mehr spaß zu sehen dann lass uns mal ins haus zur weile gehen dann können wir dort speichern und da kannst du nicht mal rennen ich war nur gerade verschäftigt was liegt noch ein blut und jetzt verschwenden so ja dann würde ich sagen wir machen jetzt gleich einen cut wenn ich mal ankomme irgendwann tschüss mach ich auch gut papa und schauen dass es nacht wird dass ganz viele würmer da sind die wir jetzt bekämpfen können und dann habt ihr auch mehr zu gucken und wird mehr zu schießen genau und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin teuer Bis zum nächsten Mal.